Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4717 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Apothekerinnen und Apotheker sind in der Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel tätig. Apothekerinnen und Apotheker sind in der Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel tätig. Es tut gut, über neue Ideen nachzudenken und neue Dinge anzustoßen. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Lass mich darüber nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Lass mich darüber nachdenken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Lass mich darüber nachdenken. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Unsere Strategie ist klar. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Jetzt ist alles in Ordnung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.